yo servus leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen folge von clover's weg zur ikone meiner road to glory serie heute machen wir zwei sachen zum einen gibt es die squad battle preise die jetzt hier schon sehen könnt die holen wir diese woche natürlich wieder ab es ist wieder montag und da kommt natürlich wie jede woche die episode wo wir die squad battle preise abholen das ist aber nicht das einzige was wir heute machen wollen wir wollen natürlich auch noch eine squad building challenge machen da werde ich jetzt gleich noch näher darauf eingehen zunächst mal sehen wir noch ein paar verkäufe aus dem letzten beziehungsweise ein paar sind noch vom vorletzten video und es läuft aktuell nicht mehr so gut mit dem überteuert verkaufen von daher bin ich überlegen ob ich vielleicht alles verkaufe und dann vielleicht in der nächsten episode ein bisschen anderes trading mache wenn ihr das sehen möchte lasst auf jeden fall mal ein paar likes da ich würde mal sagen so 50 likes dann werde ich in der nächsten episode auf jeden fall ein bisschen trading raushauen wenn ihr das sehen möchtet also wie gesagt lasst gerne da oben da und dann würde ich sagen gehen wir mal in die spc rein wir haben die spc die bald abläuft nämlich die topper teen prognose ihr seht prognose sagt schon die topper teen eine tag ist noch übrig und ich kann es euch wirklich nur empfehlen die ganz am ende zu machen nicht am ersten tag wo sie rauskommen sondern wirklich am ende weil ich habe es glaube ich knapp 20.000 dafür bezahlt und es ist wirklich sehr günstig gewesen für das was wir bekommen und ich gehe nicht weiter darauf ein würde ich mal sagen auf die spieler und so weiter ihr seht hier was ich für spieler verwendet habe könnt die dann auch dementsprechend suchen es funktioniert dafür von alles ohne loyalität ich habe alle spieler vom transfermarkt gekauft und damit klappt das hier gibt es ein jumbo premium gold set also ein 15k set war auch sehr sehr günstig ich glaube 8000 oder soll diese mannschaft hier gekostet hauen wir direkt weg würde ich sagen dann geht es weiter mit der nächsten challenge sevilla gegen legales wie gesagt auf die spieler geht jetzt nicht genauer darauf ein das habt ihr alles schon gesehen in meinem topper teen video von der letzten woche hier gibt es ein 25k set auch die hat ungefähr 67.000 gekostet glaube ich diese challenge ist auch sehr sehr günstig gewesen dafür gibt es ein 25k set richtig geil und ich hoffe natürlich dass wir heute auch mal wieder was gutes ziehen hier haben wir olimpiacos gegen panathinaikos auch die sehr sehr günstig wie gesagt hier die ganzen bronze spieler alle 200 coins gekostet griechen war ein bisschen teurer genauso wie der von panathinaikos glaube ich 1000 coins ist alles im rahmen ich glaube der hat letzte woche noch 2500 oder so gekostet also ist es jetzt auf jeden fall schon mal deutlich günstiger als letzte woche und dann schicken wir auch das weg hier gibt es ein elektrum spieler set da ist glaube ich nur ein seltener spieler drin also ist nicht so geil und zu guter letzt haben wir zürich gegen basel auch hier brauchen wir natürlich die drei schweizer und die vier spieler aus der schweizer liga da haben wir wirklich versucht die günstigsten zu kaufen und ein paar hatte ich auch schon im verein den links verteidiger hatte ich schon von daher ballern wir die mannschaft auch weg würde ich sagen fünf argentina auch noch drin und damit gibt es dann auch mal ein seltener verbrauchsobjekte set wo sicherlich ein paar team fitness karten oder so drin sind die wir verkaufen können weil wir brauchen die nicht alle wobei team fitness karten aktuell auch nicht so wirklich viel wert sind von daher lassen wir das vielleicht auch mal und behalten die erstmal wir werden sehen würde ich mal sagen prime gold spieler set gibt es auf jeden fall noch für die gesamte challenge ein richtig geiles pack und bevor wir die aufmachen würde ich sagen lehren wir erst mal unsere transferliste und machen dann auch noch die squad battle belohnungen auf wie gesagt ich werde jetzt erstmal nicht mehr nachkaufen und werde dann vielleicht in der nächsten episode ein bisschen trading machen dann öffnen wir erst mal die squad battle preise ich bin gespannt welchen rang ich geholt habe ich bin mir gar nicht sicher es wird immer noch elite 1 angezeigt aber es soll mit dem nächsten update glaube ich dann gefixt werden hieß es zumindest bin ich auf jeden fall mal gespannt wir bekommen eine premium gold spieler set eine jumbo premium gold set und 13.000 münzen es dürfte gold 2 sein damit bin ich zufrieden und ich denke mal mit den coins können wir auf jeden fall wieder was anfangen mit den packs hoffentlich auch bin auf jeden fall mal gespannt was drin ist damit ein neues team hier von um titi ein richtig heftiges team hat er am start ach du scheiße es sehr sehr geil auf jeden fall kann sich sehen lassen und dann werden wir natürlich wieder reingehen in die squad battles nächste woche werde ich natürlich auch wieder versuchen so viele spiele wie möglich zu machen um hier ein bisschen voranzukommen in der road to glory jetzt haben wir allerdings erst mal 7 packs am start zum öffnen wir fangen an mit dem verbrauchsobjekte set hier haben wir auf jeden fall mal ein paar team fitness karten und ein paar positions kann sind auch immer sehr gerne bekommen sogar ein spieler set richtig geil nehme ich gerne mit alles andere in den verein werden wir vielleicht noch verkaufen ansonsten machen wir erst mal das zwei spieler set auf was wir gerade bekommen haben es sehr sehr geiles pack auf jeden fall hoffentlich ist ein seltener gold spieler leider doch es ist einer es ist rechter verteidiger argentinien zauber letter immerhin 79 hat er zwar nur noch aber ist okay premier league rechtsverteidiger zwei premier league rechtsverteidiger sogar in dem pack sehr sehr geil können wir sicherlich irgendwann mal verwenden oder verkaufen je nachdem und dann geht es weiter würde ich sagen elektrom spieler set ist das nächste eine seltene karte haben wir hier drin wer wird es sein es ist keine gold karte von daher können wir direkt weiter skippen und schauen mal wer drin sein wird die gut denn wir haben wir am start ein paar andere gold karten noch und vielleicht irgendjemand der in irgendeine spc irgendwann etwas wert sein wird weiter geht's jubo premium gold set ist das nächste set was wir am start haben hoffentlich einmal ein brett irgendwann in einem set heute wäre auf jeden fall wünschenswert damit wir hier mal ein bisschen vorankommen paar coins machen das allerdings erstmal dos santos von la galaxy der jonathan dos santos nobo haben wir noch janson und so weiter und so fort nichts besonderes und deswegen springen auch direkt mal weiter ins nexus hat würde ich sagen nexus jumbo premium gold set nexus 15k set kommt schon die haut mal was raus hier es kann doch nicht sein dass wir hier auf dem account so wenig packlack haben das ist wirklich unglaublich das ist ein 76er young toe auch nicht wirklich das was wir uns wünschen hier ziemlich ziemlich schlecht muss ich wirklich sagen was wir hier so bisher ziehen in der road to glory ist wirklich eine frechheit ich hoffe dass wir noch was gutes hier bekommen jetzt in den drei letzten sets sonst haben wir hier wieder ordentlich coins verballert und nicht wirklich was rausgeholt aber wir schauen mal würde ich sagen wir haben jetzt noch ein seltener gold set aus der spc das premium gold spieler set ist aus der squad battle belohnung dann machen wir das zuerst mal auf würde ich sagen drei seltener spieler und ja wieder kein 83 plus wieder kein brett und es ist england stürmer rashford nein das ist chairman dev 80er german dev auch nichts wert leider leider king haben wir noch am start 3 geros ja damit kann man nicht zufrieden sein muss ich ganz ehrlich sagen damit bin ich überhaupt nicht zufrieden aber wir haben noch zwei sets hoffentlich ist das noch ein brett dabei zumindest oder irgendein spieler das mindest 10.000 wert ist kommen schon die 12 spieler mit drin 12 spieler sagt schon es ist ein brett let's go wer ist es brasilien innenverteidiger paris ist es tiago silva nein es ist markinos tiago silva wäre jetzt richtig heftig gewesen es ist leider nur markinos und der ist nicht mehr so viel wert wahrscheinlich nur 2000 oder so ist sehr sehr ärgerlich bailey haben wir noch am start wir haben auch noch hermann mal schauen ja der geht nicht mal für 2000 wahrscheinlich weg aber auch die beiden hier wenn man noch mal drauf stellen denke ich mal vielleicht gehen noch weg wäre auf jeden fall cool zumindest noch mal eine brett gezogen und das hoffentlich auch noch mal jetzt hier in den prime gold spieler set bitte auch mal ein spieler der mehr als 5000 coins wert ist weil sonst bin ich echt ziemlich enttäuscht drücken wir einfach mal drauf und hoffen hier auf was gutes bitte komm schon es ist wieder ein brett kommen schon ihr gebt uns jetzt endlich mal was gutes frankreich ist gut zms gut juventus und das ist matri die jawoll 85er matri der dürfte doch ein bisschen was wert sein komm schon die ich kann mich erinnern dass der mal ordentlich was wert war dann die alves ist auch noch dabei und rolli also drei brettspieler sozusagen in diesem set jetzt bin ich echt mal gespannt wir fangen mal an mit dani alves schauen wir was der noch kostet wahrscheinlich so 56.000 ist auf jeden fall schon mal gut damit mich zufrieden packen auch gleich mal auf die transferliste genauso wie rolli und den rest werde ich denke ich mal abstoßen oder behalten schauen wir mal was matri die wert ist der hat eine preis für mich bis 110.000 ach du scheiße und der ist 50.000 wert let's go leute endlich mal ein richtig geiler spieler richtig stark da bin ich richtig zufrieden hat sich auf jeden fall gelohnt dass wir die topperteam gemacht haben mal daraus haben wir diesen spieler gezogen und wir haben 20.000 in die topperteam investiert kriegen jetzt hier matri die der 55.000 wert ist sehr sehr geil pack ich auf die transferliste damit sind wir auf jeden fall richtig vorangekommen damit bin ich sehr sehr zufrieden und den rest packt jetzt erst mal in vereinen da muss ich auch demnächst mal aussortieren weil hier auf diesem account will ich wirklich nicht so viele spieler im verein bunkern wie ich das auf meinem hauptaccount ja meistens macht hier wollen wir wirklich einen sehr sauberen verein haben würde ich sagen wo nicht so viele spieler drin sind dass wir hier nur spieler in den spcs verwenden die wir auch kaufen damit ihr die 1 zu 1 nachbauen können und ja ich würde sagen wenn euch die episode gefallen lasst gerne daumen nach oben da würde mich sehr sehr freuen wie gesagt bei 50 likes werde ich ein trading video raushauen als nächstes und dann ja wenn es euch gefallen hat wenn euch die serie allgemein gefällt lasst gerne ein abo da wäre richtig geil und dann würde ich sagen sehen wir uns hoffentlich im nächsten video macht's gut bis dahin euer jules haut rein